Musik Ach, ist das toll, die Kollegen haben mir schon einen Kaffee und ein Wasser hingestellt. Wunderbar. So, ah, man sieht mich schon. Hallo meine Lieben. Ja, irgendwann beginnt es, zumindest dann, wenn ich die Tür zum Studio aufmache. Hallo zusammen erst mal. Ja, heute, Norbert spricht, die nächste Folge. Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf, aber steht unter dem YouTube-Beitrag dran. Ich glaube, 8. Was ist heute meine Intention? Ich habe gerade, bevor ich diese Sendung aufzeichne, zwei wunderbare Sendungen produziert, die unglaublich mein Herz berührt haben. Und ich sehe jeden Tag, wie es neue Dinge gibt, wie neue Dinge anfangen zu laufen, sich zu verbreiten und auch die Herzen der Menschen berühren. Und heute Morgen, als ich mir überlegte, die nächste Folge aufzuzeichnen, schaute ich in meinen Postkasten, und es ist manchmal so faszinierend, da lagen ein paar Unterlagen drin für mich, unter anderem die Verwirklichung des Schwarms, lese ich Ihnen gleich vor. Und der Ivo Sasek ist bestimmt vielen bekannt. Die einen sehen ihn als Sektenguru, die anderen sehen ihn als Mensch, der Dinge in die Öffentlichkeit bringt, die oft uns verschwiegen werden, und der uns auch neue Wege aufzeigt, wo wir entscheiden können, ob wir die gehen wollen. Heute hatte ich eine seiner Ausgaben, das ist Stimme und Gegenstimme, die Ausgabe 1,24. Und damit möchte ich heute mal beginnen. Macht der Liebe. Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden. Was glauben Sie, wer das gesagt hat? Jimmy Hendrix nach einem Konzert, auf dem er als Gitarrist spielte. Ich kann leben, wenn man mich nicht liebt. Und ich kann leben, wenn alle mich lieben. Aber ich kann nicht leben, wenn ich nicht lieben kann. Wenn Sie sich solche Sätze anhören, mich erschaudert es dann immer, weil ich dann spüre, wie oft und wie weit wir noch von dem entfernt sind, was wir eigentlich sind. Und wenn ich spreche von Schwarm und Intelligenz des Schwarms, ich habe vor Jahren schon gesagt, in der Zukunft wird alles das nur funktionieren, was auf den Schultern von mehreren liegt, wo also aus der Gemeinschaft heraus gearbeitet wird. Was bedeutet das? Wir kommen alle als Individuen, das wissen wir ja. Also haben wir spezielle Fähigkeiten, die wir mitbringen. Nun stellt sich die Frage, wenn sich mehrere zusammentun, die alle spezielle Fähigkeiten haben, dann kann doch das Ergebnis nur hervorragend sein. Warum? Weil jeder seine Fähigkeit, die er trägt, in das gemeinsame Projekt hineingibt. Ich möchte Ihnen jetzt eine Geschichte vorlesen, habe ich auch per E-Mail zugeschickt bekommen. Steht drüber, die Verwirklichung des Schwarms. Es war einmal Gerd, ein wohlhabender Unternehmensberater, der für die mächtigsten Milliardäre der Welt gearbeitet hatte. Seine Gabe, profitbringende Geschäfte zu schaffen, war weithin bekannt, doch seinem Inneren hegte er immer noch einen Wunsch, der mit diesem nichts zu tun hatte. Eines Tages schloss Gerd ein Geschäft ab und sein Gegenüber meinte, er könne Gerd nur mit einer Währung bezahlen, die zu diesem Zeitpunkt gar keinen Wert hatte. Gerd stimmte jedoch zu und bekam zur Bezahlung 20.000 Bitcoins. Seine Intuition und sein Geschäftssinn bewogen ihn dazu, im richtigen Moment zu verkaufen, als der Wert des Bitcoins in die Höhe schnellte. Mit diesem unerwarteten Wohlstand erwachte in ihm eine Sehnsucht, die über bloße Gewinne hinausging. Gerd hatte nicht nur ein großes Herz, sondern auch ein wohltätiges. Er nutzte seinen Reichtum, um sich einer neuen Art von Gesundheitsprodukten zuzuwenden, sogenannten Frequenzgeräten. Diese zauberhaften Apparate hatten die bemerkenswerte Fähigkeit, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Menschen, die unter verschiedenen Krankheiten gelitten hatten, erzielten durch die Nutzung dieser Geräte erstaunliche Fortschritte. Doch Gerd strebte danach, mehr als nur zahlungskräftige Kunden zu heilen. Seine Großzügigkeit kannte keine Grenzen und er beschloss, den Zugang zu den Frequenzgeräten allen Menschen kostenfrei zu ermöglichen. Seine Mission bestand darin, zwei Milliarden Menschen zu ihrem Weg auf die Gesundheit zu begleiten und ihnen ein Leben voller Wohlbefinden zu bereiten. Während er diese edle Mission verfolgte, erkannte Gerd, dass Gesundheit oft undrennbar mit finanzieller Stabilität verbunden ist. Und in seinen Untersuchungen stellte er fest, dass viele Menschen, die finanzielle Schwierigkeiten haben, auch mit gesundheitlichen Problemen kämpfen, weil die eine Belastung immer mehr sich auf den anderen Bereich auswirkt. Ein Gedanke formte sich, dem er sein ganzes Herz widmete. Und so wurde eine Idee geboren. So entstand die Vision, nicht nur die physische Gesundheit zu fördern, sondern auch die finanzielle. Die Idee hatte zwar im kleinen Rahmen ihren Ursprung genommen, doch sie war bereits eine größere Realität zu erfassen. Gerd hatte über Jahre hinweg Einzelpersonen geholfen, doch nun wünschte er sich einen kollektiven Einfluss. Deshalb entschied er sich, eine neue Art von Kliniken zu entwickeln und zu gründen. Diese sollten Schutz vor Katastrophen bieten und sich umfassend um die Gesundheit des Menschen kümmern. Sie sollten nicht nur medizinische Versorgung bieten, sondern auch den Bereich des Verstandes, auch die finanzielle Basis, auch die seelische Basis, den kompletten Menschen erfassen. Die Konzepte und Pläne wurden ausgearbeitet und die Zeit war reif, sie in die Welt zu tragen. Zehntausend dieser Projekte sollten verwirklicht werden, um einen Großteil des Gewinnes unter den Menschen zu verteilen. Eine Einladung wurde an all jene ausgesprochen, die ein gutes Herz besaßen und die Welt zu einem besseren Ort machen wollten. Gerd hatte den Gedanken eines Schwarms ins Leben gerufen, eine Gemeinschaft von Menschen, die ihre Kräfte, ihren Reichtum, ihre Großzügigkeit dazu einsetzten, um die Welt zu verbessern. So bereitete sich die Botschaft aus, Er bereitete es vor und immer mehr erreichte es Menschen, die ein gutes Herz hatten und eingeladen wurden, den Schwärmen beizutreten. Menschen aus allen Ecken der Welt schlossen sich an mit bemerkenswerten Vorhaben. Sie teilten nicht nur ihre Ressourcen, sondern auch ihre Zeit, ihre Talente und ihre Ideen. Der Schwarm wurde zu einer wachsenden Kraft des Guten, die sich über Kontinente und Kulturen erstreckte. Und so endet unser Wohlstandsmärchen von Gerd und der Verwirklichung des Schwarms nicht, sondern wurde die Realität zur Zukunft. Doch sein großes Herz, seine Vision und sein Handeln hatte er nicht nur die körperliche Gesundheit gefördert, sondern auch den Menschen seelisch und finanziell geholfen. Ja, da geht es hin. Diese ganzen Einzelkämpfergeschichten, lass das. Das wird nicht mehr funktionieren, weil wir sind nicht als Einzelkämpfer hierher gekommen. Wir sind hierher gekommen, ich wiederhole den Satz gerne, unsere Aufgabe, wir bringen unsere Fähigkeiten und Talente mit, um sie auszubilden, um gemeinsam mit anderen zum Wohle aller zu agieren. Ist das nicht ein wunderschöner Satz? Stellt euch mal vor, das war genau das. Vor allzu langer Zeit hatte ich ja den Entschluss gefasst, aufzuhören. Irgendwann kamen Menschen auf mich zu und haben mich motiviert. Aber der Norbert hat gesagt, Leute, schaut mal hin, ich bin jetzt nicht mehr 30 oder 40. Was ich für euch noch tun kann, da ich viel Erfahrung in den letzten zwölf Jahren im TV-Business sammeln konnte, ich kann das strukturieren und organisieren. Aber ich werde nicht mehr den Frontmann machen und ich werde auch nicht mehr das Unternehmen führen, denn ich bin das Fundament. Und ich bin eigentlich die Vergangenheit. Und meine Erfahrungen beruhen aus der Vergangenheit. Also kann ich nur den jungen Menschen das schildern, was bis zum heutigen Tag ich erlebt habe, dass sie auf dieses Fundament ihr Haus errichten können. Und da geht es um einen Fernsehsender, der sich einfach mit Projekten beschäftigt und mit Perspektiven. Der hingeht und den Menschen zeigt, was da und da und da möglich ist, welche Projekte wo laufen, wo man sich beteiligen kann, welche Informationen neu da sind. Manchmal bin ich ja ein bisschen entrüstet, wenn ich so mir den Mainstream anschaue und stelle dann fest in den Nachrichten, dass die Hälfte fehlt. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich bin ja in vielen Bereichen unterwegs und habe auch in vielen Bereichen Menschen, die mich informieren, auch natürlich in dem ganzen Finanz-, Währungs-, Geld-Thema. Und siehe da, vor zwei Wochen spreche ich mit einem ehemaligen Kollegen aus den Vereinigten Staaten. Und was erfahre ich? Fast wöchentlich kippt in Amerika eine Bank um. Haben Sie das auch erfahren aus Ihren Nachrichten? Nein, haben Sie nicht. Des Weiteren habe ich natürlich Kollegen in Frankreich und in anderen Ländern. Was höre ich plötzlich dort? Dass da überall 100.000 Menschen auf die Straße gehen. Und in den Schweizer Nachrichten? Haben wir da das vergessen? Kann ja alles sein. Vielleicht gibt es da andere Prioritäten. Und ich kritisiere auch nicht, geschweige denn, dass ich mit Fingern auf jemanden zeige. Nur muss ich sagen, also eigentlich sollte doch die Presse die Aufgabe wahrnehmen, über alles zu berichten und den Menschen da draußen die Entscheidung zu überlassen, was sie sich annehmen und was sie nicht. Nur davon sind wir auch schon weit entfernt. Und da meine ich immer, dass dann anfängt, unsere Demokratie zu leiden. Und jetzt ist es an uns, nicht mit Fingern zu zeigen, nicht zu demonstrieren und über Politiker zu schimpfen. Nein, mit neuen Ideen, neue Systeme erschaffen, um einfach den anderen zu zeigen, dass es auch anders geht. Und ich sage, hört doch oft auf die zu schimpfen und dauernd zu sagen, wer stellt die vor Gericht und lauter so ein Blödsinn. Wozu nützt es denn, dass nur noch mehr vertuscht wird, dass nur noch mehr sich verstecken, um nicht als Schuldige entlarvt zu werden. Aber es kann doch nicht unsere Zukunft sein, uns damit zu beschäftigen, Schuldige zu suchen. Das ist trivial. Und ich sage immer, das ist für Menschen mit wenig Intelligenz, die beschäftigen sich mit solchen Dingen. Unsere Aufgabe muss es sein, Neues zu finden, wie wir in die Zukunft gehen können. Nehmen wir doch nur mal das Beispiel des viel zitierten Klimawandels. Keiner weiß. Und alles das, was da verbreitet wird in diesen ganzen Horrorfilmchen, die da immer produziert werden, ob das so ist. Und wenn ich dann jemand, der eine Sendung im Fernsehen moderiert, höre, sagen, die menschengemachte Klimakatastrophe, dann muss ich sagen, mein lieber Mann, hoffentlich musst du dich für diese Aussage nicht irgendwann mal verantworten. Weil dieser Beweis ist auch nicht erbracht. Also bin ich immer sehr vorsichtig mit dem, was ich da in die Öffentlichkeit bringe. Und um auf das Thema nochmal einzugehen. Also was sagen Sie uns? Es wird wärmer, die Erde erhitzt sich, erhitzt sich. Wir haben ja so ein paar heiße Sommer erlebt, wo es bis zu 40 Grad heiß wird. Wenn das jetzt tatsächlich so ist und wir haben in Zukunft keine Jahreszeiten mehr und ein tropisch-mediterranes Klima auf der ganzen Erde. Ja, was wäre denn dann intelligent? Uns darauf einzustellen. Leute, also wenn mir einer sagt, im halben Jahr wird es so und so viel Grad kalt, dann warte ich doch nicht erst, bis es so weit ist, sondern dann gehe ich doch vorher hin. Gucke, ob ich eine gescheite Heizung habe, gucke, ob ich warme Klamotten habe, gucke, ob meine Wohnung so dicht ist, dass eine dauernde kalte Wind reinpfeift und so weiter und so weiter. Wenn ich weiß, dass es heißer wird, ja, was mache ich denn dann? Welche Bäume sollten wir pflanzen, die große Hitze überstehen? Welche Feldfrüchte sollten wir anpflanzen, in Zukunft die große Hitze überstehen? Wie sollten unsere Städte konstruiert werden? Wie sollte unsere Arbeitszeit in Zukunft aussehen, wenn es mittags 40 Grad hat? Das wären die Dinge, über die man diskutieren müsste. Hören Sie das irgendwo? Also ich nicht. Aber vielleicht ist das ja alles schon fertig und ich weiß es nur nicht. Kann natürlich sein, weil ich bin auch nicht allwissend. Aber ich höre darüber viel zu wenig. Und jetzt, meine Lieben, seid ihr gefordert. Und das ist auch genau das, warum ich gesagt habe, ich mache das noch. Ihr, die Jungen, die Zukunft, die, die Unternehmer sind, die, die in den Markt wollen, mit Produkten, die zum Wohle der Menschen sind. Ihr solltet in den Medien sein. Und ihr habt die Chance, diesen Schwarm zu bilden. Meine E-Mail-Adresse ist bekannt. Meine Handynummer ist vielen bekannt. Es ist jetzt wichtig, jetzt und nicht morgen oder übermorgen, sich zu entscheiden und einen Weg einzugehen, an dem ich selbst aktiv mitarbeiten kann. Und die nächsten zwei Jahre werde ich im Hintergrund die Menschen unterstützen mit all meinen Beziehungen und dem, was ich in 40 Jahren als Unternehmer erarbeitet habe. Aber ich mache nicht mehr den Frontmann. Meine Philosophie, die habe ich bei Time to Do zehn Jahre lang gezeigt. Meine Zukunft heißt es, etwas zu studieren. Ich habe noch solche Berge von Büchern, mit denen ich mich gerne beschäftigen würde oder Dinge, die ich gerne probieren würde. Aber mir läuft langsam die Zeit weg. Deswegen zieht sich der Norbert auch aus dem aktiven Fernsehen zurück. Bis auf eine kleine Ausnahme, auch in Zukunft, werde ich noch drei Stunden pro Woche eine spezielle Sendung moderieren, wo es um ganz neue, interessante Dinge geht. Also ich war vor kurzem in einem Labor eingeladen. Boah! Was es alles schon gibt. Also, ihr seid jetzt gefordert und es ist alles vorbereitet, steht alles parat, ihr müsst nur kommen und kommitten. Und darum kommen wir nicht herum. Das ist jetzt angesagt. In diesem Sinne werdet Teil des Schwarms, der in der Liebe agiert. Weil alles andere erreichen wir nur, wenn die Basis unseres Handelns die bedingungslose Liebe ist. Ich habe das in den letzten zwei Jahren so extrem gemerkt. Und wenn ich mich umgestellt habe und wenn die Liebe der Trieb meines Handelns war, hat alles funktioniert. Und wenn ich wieder Gedanken hatte aus meiner alten Manager-Ära, dann hat es nicht so funktioniert, weil da immer das Geld im Vordergrund steht. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, ich habe Ihr Herz berührt und ich hoffe auf viele Rückmeldungen an meine E-Mail oder meine Telefonnummer. Bis dann!